Der Bläserklassenkurs ist sehr umfangreich in seinen Themen und auch in den Input, den die Teilnehmer bekommen. Wir haben die Regierkurse. Die Teilnehmer lernen das Unterrichtswerk kennen und lernen Tricks, wie man unterrichten kann. Dass man nicht einfach Nummer für Nummerstuhl durchgeht, sondern kreativ mit dem Unterrichtsmaterial arbeitet. Das Besondere an der Formation Bläserklasse ist, dass alle Kinder auf demselben Stand anfangen, nämlich mit Null, ohne Vorkenntnisse auf dem Instrument und dementsprechend auch alle im selben Tempo lernen. Man sitzt nicht wie früher, ich sage jetzt mal drei Jahre im stillen Kämmerlein, bis man dann irgendwo mitspielen darf, sondern die lernen gleich oder erfahren gleich, wie schön es ist, in der Gruppe zu spielen. Am meisten Spaß macht mir eigentlich das Ausprobieren der verschiedenen Instrumente. Das ist wirklich spannend. Ich habe heute Querflöte gespielt und durfte dann auf die Tuba wechseln, also einen größeren Unterschied gibt es eigentlich in der Bläserklasse gar nicht. Alle Teilnehmer lernen alle Instrumente, die in einer Bläserklasse vorkommen, kennen, damit sie über die Schwierigkeiten und die Problematiken auch Bescheid wissen, die bei jedem Instrument eben vorkommen. Man sollte unbedingt bei diesem Kurs hier mitmachen. Einmal, weil es ungeheuer Spaß macht. Ich lerne jedes Mal, wenn ich hier bin, tolle neue Leute kennen aus unterschiedlichsten Bereichen. Ja, so das Zwischenmenschliche einfach mal mit ganz anderen Leuten sich mal unterhalten, die man wahrscheinlich sonst nie kennengelernt hätte. Und ja, da bringt die Musik schon viele Leute irgendwo zusammen. Und ja, da bringt die Musik schon viele Leute an. Untertitelung des ZDF, 2020